Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tengshu Wrath of Heaven. Und genau, wir haben ja beim letzten Mal Prinzessin Kiko gerettet mal wieder. Ich glaube, das wird so lange unsere Standardaufgabe mit Tengshu. Und jetzt sollen wir halt, dabei ist unser Schwert kaputt gegangen, und jetzt sollen wir uns halt ein neues besorgen. Allerdings gibt es zwei verschiedene Schwerter zur Auswahl. Eins ist wohl für besondere Kräfte, und eins ist für, ja, ein normales Schwert halt, genau. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal ins nächste Level rein. So. Tut mir leid, wenn ihr gerade was gehört habt, aber ich esse hier gerade nebenbei noch Fürstpückler-Schogetten. Sehr lecker, muss ich sagen. Ach! Ach, schaut mal! Wir kriegen hier echt eine Entscheidung. Hm. Was sollen wir jetzt machen? Das ist ja jetzt eine gute Frage, ne? Also eigentlich... Hm. Äh. Sehr gute Frage, aber ich nehme erstmal das erste mit dem Shichisto-Schwert. Ressai, will this suffice? What is this? It is the sword of Mayo. It is as strong as he was powerful. The sword of Lord Me. Ach, das kennen wir ja noch, hm? They are after me. I leave the sword to you, Ressai. Hold, Rikimaru. Take this. But that's... But that's... It is the Muramasa. This sword has protected my family for generations. Only the Muramasa can kill the undead in the cemetery. Use it, but be careful. It drains the energy of he who wields it and he who is cut by it. But by mercy of the sword, the wielder's life will not be taken in full by the sword alone. But that's what I do. I do. In exchange for fixing your sword, I ask that you bring me some metal. From the house in the cemetery. I am indebted to you. Okay. 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 Friedhof. Friedhof-Level. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte das andere nehmen sollen, wa? Hahaha. Scheiße. Na egal. Es ist... Wir sind hier auf dem Friedhof gelandet. Okay. Alles klar. Äh... Ja. Dann würde ich sagen, geht's hier direkt mal los. Gibt's hier irgendwas? Na, ich weiß nicht. Nee. Die sind... Das ist wieder so dunkel hier alles. Na? Also irgendwie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier irgendwie hin. Ja. Und ich bin jetzt hier. Ah, guck mal. Mein Schwert. Das brennt so geil. Schaut mal. Sieht so geil aus. Haha. Ja, wie gesagt. Ah, ich glaube hier muss man hin. Und ja, wohin jetzt? Da oben oder was? Nee, hä? Nee. Keine Ahnung. Hier kommt man nicht raus. Ich soll auf jeden Fall irgendwie hier hin. wieder drankriechen oder so? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Moment mal. Ich bin hier... Ich hänge hier doch schon wieder. Moment mal. Moment mal. Was ist denn hier los? Warum verliere ich Leben? Ey, was soll das? Äh... Hallo? Was soll das? Ich verliere die ganze Zeit Leben. Ey. 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 Nee. Leute. Das geht doch gar nicht. Was soll ich machen? Hallo? Ich sterbe gleich. Ah! Oh, Mann. Oh, Leute. Was... Was zur Hölle macht ihr mit mir hier? Ich nehme erstmal keine Heiltrinkel. Ah, hier. Ah. Geil. Och, du Scheiße. Ich muss Leute killen. Äh, sonst sterbe ich. Ach, du Scheiße. Was ist das denn für ein Müll wieder? Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich hätte die andere... Ich hätte das andere nehmen sollen. Das andere war ein bisschen... Bisschen einfacher. Oh. Nein, nein, nein. Ah, jetzt entdeckt der mich, ey. Fuck. Ja, ich muss die schnell machen. Ich muss mich doch beeilen, Freunde. Ah, ah. Ah. Jetzt mach. So, ich hab ein bisschen was hier Zeit gewonnen. Aber... Irgendwie ist das scheiße grad. Äh, das ist grad richtig scheiße. Also, ich hab hier Zeitdruck. Ah, sowas hasse ich. Vor allem in Tengshu, ey. Wie soll man das denn machen mit dem Zeitdruck? Ah. Und weiter. So. Bisschen Zeit verschafft. Okay. Ah, man muss hier also rushen. Alles klar. Man muss hier rushen, damit man nicht stirbt. Ich verstehe. Okay. Ah. Aber wie soll ich das machen, wenn keine Gegner kommen? Irgendwo da hinten ist jemand. Ja, jetzt verliere ich wahrscheinlich ein Leben gleich, ne? Wo denn? Ach, da in der Ecke. Oh Gott. Lass mich leben, Alter. So. Gut, ey. Ich muss schnell sein. Oh, fuck. Das ist blöd, ey. Das ist richtig mies, ey. So. Boah. Cutscene. Okay. Das erste Teil hätten wir geschafft. Ach du Scheiße, ey. Oh, Endgegner. Was ist das? Was ist das? Ah, ja. Ah. Ein Moment. Avira wieder hier. So. Äh, ja. Dann sehen wir uns wieder. Wo sind die denn jetzt hier? Hallo. Hey. Hey. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Da. Da sind sie. Ah. Ja. Ich bin tot. Aber ich hab ja noch Dings, ne? Ninja Rebirth. Genau. Sehr schön. Hä? Was? Also. Zack, zack, zack. Oh, was ist das denn für? Die mit ihrem scheiß Feuer hier. So. Und. Und. Auf, die mit Gebrüll. Komm. Zack, zack, zack. Oh. Und Legs. Okay, Legs. Ich hab Legs. Warum auch immer ich Legs hab. Oh, Junge. Oh, ich Gott. Lauf weg. Alter. Die Muck. Diese Ruckler hier. Hey. Ich hab kein Ninja Rebirth mehr. Scheiße. Ich hab kein Ninja Rebirth. Oh, mein Gott. Alter. Äh. Uh. Ich kann nix machen. Ne. Ich sterbe. Ich kann nix. Ne. Ne. Das geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh. Was ist das für ein Scheiß? Ah. Ja, gut. Dann schneid ich euch mal raus und spiel weiter bis dahin. Ja. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Äh. Ich bin jetzt wieder hier. Äh. Ich hab mich grad mal heilen können. Erstmal. Das ist aber auch mega unfair. Mit dem scheiß Flammentypen hier, ne. Das ist mega unfair mit dem Feuer, du. Oh, Moment. Ich probier jetzt mal, dass ich die irgendwie hier kriege. Einmal Giftrohr, komm. Glasrohr, ja. Oh, sehr schön. So, dass ich, wenn ich fast sterbe, dass ich die dann kriege hier. Der mit seinem scheiß Feuer. Das ist so unfair. Ah, das ist so unfair, Mensch. So, da ist noch ein Bogenschütze. Oh, Mann. Ey, der mit seinem scheiß Feuer. Ey, ernsthaft. Ah. Lauf. Oh mein Gott. Oh. Da kommt noch einer. Oh. Fuck. Und trink das. Trink das. Oh Gott sei. Boah. Das war knapp, ey. Boah. Shit. Oh, was ist das denn hier? Jetzt geht sterben. Ihr Penner. Geht doch sterben einfach. Oh, Lex. Ja, ich weiß. Lex. Aber... Oh, Mann. Es leckt. Hä? Warum leckt das hier? Warum leckt das hier? Hallo? Eigentlich? Moment mal. Nee, also eigentlich ja nicht. Aber wie viele Gegner sind denn hier? Wie viele kommen denn hier? Ist hier irgendwas auf der Karte angezeigt oder was? Nee, ich kann keine Karte. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen, Freunde? Oh, das gibt's ja wohl nicht. Springen doch. Irgendwie leckt das die ganze Zeit. Äh. Boah. Das ist krass. Und z... Ah. Und zack, zack. Ich hätte, glaube ich, die andere Mission nehmen sollen, Alter. Das ist so unfair hier. Oh. Ich weiß nicht, warum das leckt, weil die Frames, die sind noch auf 100. 100 pro Sekunde. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Und jetzt hier... Einer ist tot. Und der zweite ist auch gleich tot. Ja. Sehr schön. Und jetzt das hier. Oh. Und mach das viel weg. Oder was auch immer das sein soll. So. So. Und zack, zack, zack. Da kommt noch einer. Warum kommt da noch einer? Das ist so unfair. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, ey. So. Da ist jetzt noch einer. Dieser... Ey. Da kommt immer neue. Da kommt immer neue. Ernsthaft? Da kommt immer neue Gegner. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nimm mal hier. Nimm mal hier. Was ist das denn, ey? Nimm mal hier Rauchbombe. Komm. Ja. Rauchbombe. Und du bist jetzt... Ja. Du bist jetzt verwirrt, aber... Nicht lange. Ne. Zack, 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 zack. Komm. Hau drauf hier. Hau drauf. Ah. Oh, fuck. Oh, man. Ah, Gott. Er ist verwirrt. Okay, er ist verwirrt. Ah. Zack. Nein. 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 Oh, Gott. Was machst du denn? Boah. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es aber geschafft, oder? Das geht weiter? Was? Moment mal. Ernsthaft? Oh, fuck. Ich glaube, das habe ich verkackt jetzt gerade, hä? Was ist das hier? Kann ich hier... Da ist ein Heintrank. Oh, Gott. Nimm schnell den Heintrank. Nimm Trink. Boah. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier drin? Was ist hier? Oh, Gott. Das ist einfach nur eine... Oh, nee. Das hier unten ist was. Okay, stopp. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Oh, was ist das hier? Oh, scheiße, ey. Okay. Da sind zwei. Okay. Wie soll ich denn das machen? Alter, Tenkschu auf Zeit. Das ist doch brutal. Blasrohr. Komm, Blasrohr. Und nimm das Blasrohr. Und zack, der ist weg. Der ist nicht weg. Warum ist der nicht weg? Hallo? Was soll das? Das Blasrohr hilft hier nichts. Ernsthaft? Okay, die gehen alle runter. Okay. Egal. Wenn ich die da unten erstmal kriege, dann habe ich erst ein bisschen Zeit. Und genau. Nein. Verdammte Scheiße. Ne, das wird nix. Ne, das wird nix, wenn das so weitergeht. Das wird nix. Oh, shit. Und zack. Ja, natürlich wehrt der das ab. Natürlich wehrt der alles ab. Ist klar. Ist klar. Oh. Wo ist dieser Bogenschütze? Der mich hier einfach so irgendwie entdeckt die ganze Zeit. Oh, jetzt. Geh da hoch. Verdammt. So. So. Okay. Abwarten, bis der hier sich beruhigt. Genau. Und dann halt hier runter gehen. So. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir noch ein Item irgendwo. Ne, haben wir nicht. Ich habe mir, glaube ich, die stressigere Mission ausgesucht. Scheiße. Fuck. Ach, das ist doch blöd, ey. Blöd gelaufen wirklich. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Moment mal, Karte analysieren. Hä? Augenblick mal. Ich gehe jetzt wieder zurück, glaube ich, hä? Ja, ja. Ich gehe wieder zurück. Ah, ja. Das wird nichts. Wenn ich jetzt hier nicht den Weg weiß, dann ist sowieso kacke. Äh, nö. Dann muss ich irgendwie nochmal so gucken. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, ey. Ja, ich werde jetzt sterben. Vielen Dank. Oder? Moment mal. Nee. Das zieht mich nur auf einen Hitpoint runter. Ah. Ah, da kann ich mir doch Zeit lassen. Alles klar. Ah, Moment mal. Was muss man hier machen? Also irgendwas ist hier. Moment mal. Was ist denn hier? Ah, das zieht mich also nur runter. Das zieht mich, das tötet mich gar nicht. Okay. Krass. Die Frage ist jetzt wirklich, wo ich schon wieder hin muss, ne? Also das ist doch manchmal echt verwirrend hier. Ich will es auch mal selber finden. Ich will nicht schon wieder im Guide gucken. Moment mal. Ah, hier vorne, oder was? Ah, hier. Alles klar. Ja, okay. Ich habe es doch alleine gefunden. Okay. Ah, ich verstehe. Das zieht mich also nur auf einen Hitpoint runter. Er ist bestimmt ein Gegner. Ja. Und, äh, ja, dann schleiche ich mich halt mal an. Da oben. Alles klar. Aber die, die sterben ja nicht durch den Giftreis. Die sind ja schon tot, ne? Ich probiere es nochmal. Ne, das bringt nichts. Die sterben nicht. Shit, ey. Oh Gott. Ja, das, das ist blöd jetzt. Das ist wirklich blöd. Also, zwei Gegner da zu kriegen, ohne entdeckt zu werden und ohne Blasrohr. Da ist noch einer. Okay. Moment mal. So. Wie soll ich das machen? Ne. Wie soll ich das machen hier? Das ist ja zu krass. Hä? Hä? Da ist der nächste. Aber ich weiß nicht, wie rum der steht. Der steht. Der guckt mich gerade an. Okay. Der geht so, der geht so, der geht so. Okay. Oh Gott. Wie soll ich das machen hier? Ich probiere es mal mit dem Giftreis. Was? Was? Was war das denn? Wie schmeißt du den denn? So, Giftreis. Ich schau mal, ob der da hin... Er kommt, oder? Kommt der? Ja, der kommt. Nice. Okay. Sehr schön. Also, so kann man die hinlocken. Sehr geil. Okay. Und... Oh, yes! Und weg hier, Rikimaru. Weg hier. Weg hier. Komm. Weg hier. Verdammt. So. Boah. Oh, okay. Sehr schön. Den haben wir gekriegt. Okay. Und wie rum steht der? Ich sehe das ja nicht, ne? Aber der da hinten, der scheint... Das scheint alles geil zu sein. Okay. Sehr schön. Ja, dann hier. Ich schmeiß den mal da hin. Den Giftreis. So. Dann überlegen jetzt. Also im Moment... Ich trau mich halt nicht, ne? Das ist das halt. Ich schmeiß nochmal den Giftreis. Das war vielleicht ne blöde Idee, aber wir wollen mal gucken. Wie ich die denn hier am besten kriege. Weil der kommt doch gleich zurück, der Krüppel da. Ja, ich weiß, das sind alles Krüppel, aber... Ja. Schwierig. Schwierig. So. Hm. Hm. Okay. Okay. Ich glaube... Bisschen zurück. Der eine wird doch jetzt von dem Giftreis angezogen, oder nicht? Ach ja. Ja. Während ich hier so vor mich hin warte, kann ich mir ein bisschen was erzählen. Also ich hatte heute frei gehabt von der Arbeit, weil Autoproblem und so. Und deswegen bin ich schon ein bisschen was früher da. Deshalb, ja... Ah nein, doch nicht so. Nein, nein, nein! Oh, jetzt! Nein! Scheiße! Oh Gott, geh weg! Hau ab! Hau ab hier! Oh! Scheiße! Da hab ich einer entdeckt! Der rennt hier hier nach! Oh mein Gott, nein! Fuck! Oh Gott, ich muss hier weg! Der rennt mir hier... Echt nach! Ja, er hat mich gekriegt! Oh mein Gott, wie schlecht! Okay. Äh, Freunde. Ich würd sagen, ich spiel wieder bis dahin. Scheiße! Das war doch mal blöd, ey! Und jo! Dann würd ich sagen, bis gleich!